Erst wenn die letzte No-Name-Muffe gerissen, der letzte Billigkessel geplatzt, wenn das Ersatzteil auch schon schrottreif ist und das Super-Angebot dann doch nicht so super war. Erst wenn das allerletzte Projekt verhauen ist, werdet ihr feststellen, dass man Qualität nicht an jeder Ecke kaufen kann. Und wer seid ihr? Wir sind die Guten. Die Handwerkermarke. Partner für Qualität und Sicherheit im SHK-Handwerk. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!